Ich würde gerne nochmal eine Frage alleine zu Apollo nochmal stellen. Ich habe jetzt mal geguckt, okay, warum Apollo X? Es gibt Apollo 11, das ist die Mondlandung und so. Aber Apollo 10 war die Testphase. Also die sind zum Mond geflogen und haben halt quasi schon mal die Apollo 11 Mission probiert. Und da habe ich geguckt, okay, gibt es da irgendeine Referenz? Gibt es da irgendwas? Wo ist the key? Ich komme jede Woche, ich schwöre, ihr stellt mich Fragen. Ich mache mir so viele Gedanken darüber und endlich fragt mich jemand. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Also das X im Titel steht nicht für 10, sondern für unendlich, was auch ein bisschen wieder diese Dauerschleife widerspiegelt, weil es ist egal, wo ich hinkomme, ich will immer mehr so. Das ganze Album, wenn ihr das auch gesehen habt, wahrscheinlich hat ja elf Songs und wie Apollo 11, weil da sind sie auf dem Mond gelandet. Also daran ist es orientiert, weil der Mond war halt so ein Motiv, was sich am Anfang in meinen ersten Songs, die ich geschrieben hatte, so herausgefiltert hat, dass ich das öfter erwähnt habe.